Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmid. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Dieses Mal geht es um ein Thema, das uns persönlich besonders wichtig ist. Wir wollen über den Buchmarkt sprechen. Wie hat sich dieser verändert? Gerade durch das Phänomen Booktalk, aber auch generell durch die verschiedenen Konkurrenzmedien, durch Self-Publishing. Zugleich ist der Leserspund nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen uns also fragen, ist der Buchmarkt in der Krise und wenn ja, woran liegt das? An uns beiden liegt es jedenfalls nicht, wie man ja auch sieht. Wir kaufen nicht nur viele Bücher und unsere WFA-Folgen, die basieren ja auch auf der Lektüre von Büchern, sondern um gleich Werbung in eigener Sache zu machen, es ist uns auch ein Anliegen, dass die Literatur wieder mehr an Bedeutung gewinnt und nicht zuletzt deshalb sprechen wir in WFA-Literatur einmal im Monat über einen literarischen Text, der sich im engeren oder weiteren Sinn mit Ökonomie beschäftigt. In diesem Monat wird es um Brad Easton Ellis Wall Street Thriller American Psycho gehen. Die WFA-Literaturfolgen findet ihr hinter der Paywall. Ihr braucht, um sie zu hören, nur ein Abo bei Steady oder Patreon abzuschließen. Außerdem bekommt ihr dann auch Zugang zu den monatlichen Q&A-Folgen, in denen wir ausführlich Fragen aus dem Publikum diskutieren. Die nächste Folge erscheint am Wochenende. Die Links zu Steady und Patreon findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für die Unterstützung. Brad Easton Ellis, so viel kann schon jetzt gesagt werden, ist eine absolute Ausnahme. American Psycho hat sich allein in den USA mehr als eine Million Mal verkauft. Hinzu kommen Übersetzungen in zig Sprachen und eine erfolgreiche Verfilmung. Nur sehr wenigen Autoren gelingt ein solcher Erfolg. Das Leben der meisten Schriftsteller ist prekär, beziehungsweise haben 80% der Schriftsteller einen anderen Beruf. 2017 sagte Nina George vom Bundesvorstand des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit einem Debütroman, der sich vielleicht 3000 Mal verkauft, bringt es ein Autor auf einen Stundenlohn von 42 Cent. Das ist natürlich grob geschätzt, aber keineswegs abwegig. Bevor wir über den Buchmarkt sprechen, sollten wir ein paar Fakten zum Autoren-Dasein nennen, denn die meisten Menschen haben überhaupt keine Vorstellung von den Honoraren. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass sich ein Roman 3000 Mal verkauft. Was verdient der Autor? Nehmen wir an, das Buch kostet 22 Euro. Bekanntlich gibt es die Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die Verlage und nicht die Buchhändler die Preise festsetzen. Damit gibt es keine Preisschlachten, denn das würde zwar Bestseller günstiger machen, aber seltener gekaufte Bücher würden sicherlich teurer werden, da die Bestseller im aktuellen System die nicht so leicht verkäuflichen Werke quersubventionieren. Zudem stehen alle Bücher preislich in Relation zueinander. Der 300 Seiten lange Roman von Juli C. oder Daniel Kehlmann kostet in etwa so viel wie der 300 Seiten Roman eines noch völlig unbekannten Debütanten. Wenn jetzt ein Buch für 22 Euro im Buchhandel online oder vor Ort verkauft wird, sind davon 7% verminderte Mehrwertsteuer abzuziehen. Es bleiben also 20,46 Euro. Davon gehen ca. 35% an den Buchhändler und etwa 15% an den Grossisten, der das Buch vom Verlag erhält und auf Lage hält, um es bei Bestellung einer Buchhandlung am nächsten Morgen liefern zu können. Das ist ja auch eines der wichtigsten Verkaufsversprechen von lokalen Buchhandlungen, dass sie immer sagen, ja, wenn sie bei uns bestellen, ist es am nächsten Morgen auch da. Nur muss man dann nebenbei sagen, die Zwischenhändler halten inzwischen immer weniger Werke vorrätig, sodass gerade kleine Verlage das Problem bekommt, dass ihre Bücher eben nicht mehr am Folgetag geliefert werden können. Und zudem hat der Zwischenhändler Zeitfracht angekündigt, dass er Buchhandlungen, die jährlich Bücher für weniger als 30.000 Euro bei ihm abnehmen, nicht mehr täglich beliefern will. Dass damit für Kunden Amazon attraktiver wird, sollte klar sein. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Diese 50 Prozent, die an den Handel gehen, die sind nicht fix. Denn manche Buchhandelsketten oder Onlinehändler, die verhandeln oft höhere Rabatte. Und zudem können Verlage bei manchen Geschäften Verkaufsflächen mieten, um Stapel von einem bestimmten Buch direkt neben der Kasse oder prominent am Eingang platziert zu bekommen. Von den 20,46 Euro bleiben dem Verlag jetzt noch ca. 10 Euro übrig. Davon zahlt der Druck, Lektorat, Marketing, Satz und Umschlaggestaltung und natürlich den Autor. Der kleine Verlag Boland & Quist hat vor Jahren mal die Kalkulation für ein Buch, das 14,90 Euro kostet, offengelegt. Demnach bleiben dem Verlag am Ende 1,59 Euro Gewinn. Denn wie das bei anderen Verlagen ist, können wir nicht sagen. Aber es wird variieren, gerade weil es häufig Mischkalkulationen sind. Manche Bücher werden verlegt, um möglichst viel Geld zu verdienen. Andere sind eher doch Prestigeobjekte, Projekte. Man kann allerdings relativ leicht sagen, was ein Autor pro Buch verdient. Es sind in der Regel ca. 10 Prozent vom Netto-Ladenpreis. Das heißt, derjenige, der den eigentlichen Inhalt liefert, wird ziemlich schlecht bezahlt. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, das Buch kostet ohne Mehrwertsteuer 20,46 Euro. So erhält der Autor ca. 2 Euro pro verkauftes Buch. Wenn man also 3.000 Exemplare verkauft, hat man 6.000 Euro verdient. Diese muss man dann selbstredend noch versteuern. Jetzt kann man sagen, 3.000 Exemplare sind sehr wenig. Das mag so scheinen, aber viele Autoren erreichen diese Auflage niemals. Wenn man 3.000 Exemplare in einer Woche verkauft, dann ist einem mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit ein Platz in der Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste sicher, je nach Rubrik und je nachdem, ob das ein gebundenes Taschenbuch, Paperback, was auch immer ist. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, es gibt diese Autoren, die verkaufen auch 50.000 oder sogar 100.000 Exemplare, aber diese sind äußerst selten, was auch für den Sachbuchmarkt gilt. So haben sich viele Bücher des Starphilosophens Slavi Žižek nur 4.000 bis 6.000 Mal in Deutschland verkauft. Wenn ein nicht sonderlich bekannter Autor es schafft, auf 10.000 verkaufte Exemplare zu kommen, ist das für Verlage bereits ein Erfolg. Der Autor hat vielleicht anderthalb Jahre an dem Buch gearbeitet, verdient nun 20.000 Euro und wäre damit weit unter dem Mindestlohn. Und deshalb sind Zusatzeinnahmen durch Lesungen existenziell wichtig. Die genannten 10% sind auch nicht in Stein gemeißelt. Bei Taschenbüchern gibt es oft nur 8%. Und Erfolgsatoren können zwischen 12 und 13% Beteiligung erzielen. Die Prozentsätze sind aber in der Regel auch gestaffelt. Für die ersten 10.000 Exemplare hält man dann vielleicht 9 oder 10%. Für die weiteren 10.000 dann 10 oder 11%. Darüber hinaus dann 11% und ab 50.000 dann vielleicht 12 oder 13%. Zur Bedenken ist auch, dass viele Autoren von Agenturen vertreten werden. Und diese erhalten in der Regel 15% vom Gewinn. Heißt, unser Autor muss von seinen 2 Euro noch 30 Cent an die Agentur abführen, wenn er eine solche hat. Das kann sich lohnen, wenn die Agentur mehr Honorar aushandeln kann als der Autor. Oft geht es dabei aber nicht um die prozentuale Beteiligung. Da gibt es kaum Spielraum und die Agentur würde sich damit ja auch einem zusätzlichen Risiko aussetzen. Das Buch muss dann auch erfolgreich werden, damit sich das Verhandeln gelohnt hat. Sonst nützen einem die 12 oder 13% ab 50.000 Exemplaren gar nichts. Was zählt, sind die Vorschüsse. Scott Galloway geht sogar so weit zu sagen, dass man als Autor schlecht verhandelt hat, wenn man je eine Honorarabrechnung für sein Buch erhält, der Vorschuss sollte so hoch sein, dass die prozentuale Ausschüttung gar nicht erst beginnt. Ja, und das funktioniert so. Man erhält zum Beispiel einen Vorschuss von 10.000 Euro. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, erst wenn von besagtem Buch 5.000 Stück verkauft sind, dann ist dieser Vorschuss vollständig verrechnet. Wir haben ja gesagt, 2 Euro verdient der Autor pro Buch. Das heißt, ab dem 5.001. Buch erhält man dann den prozentualen Anteil von, sagen wir mal 10% für jedes Buch, das darüber hinaus verkauft wird. Vorschüsse werden eigentlich gezahlt, damit Autoren sich auf Schreiben konzentrieren können und nicht nebenher arbeiten müssen. Jedoch erhalten die hohen Vorschüsse in erster Linie diejenigen, die sich finanziell eh keine Sorgen zu machen brauchen, da sie ohnehin prominent sind. Das ist für die Verlage ein riskantes Geschäft. Manche Autoren wechseln mit jedem neuen Buch den Verlag, weil sie zwar hohe Vorschüsse kassiert haben, aber der Verkaufserfolg dann doch eher bescheiden war. Clevere Agenturen schaffen es bei diesen Autoren aber trotzdem immer wieder woanders, hohe Vorschüsse zu ergattern. Oftmals hilft ein schon etablierter Name und das Geld fließt. Durchaus sprechen wir da von Summen von 50.000 oder gar 100.000 Euro und mehr. Anekdotisch geistern erstaunliche Summen durch den Literaturbetrieb. Sieht man sich dann aber bei Media Control die Verkaufszahlen an, weiß man bei vielen Deals, wer die Gewinner sind, und zwar die Autoren und Agenturen. Die Verlage hingegen machen Verluste oder zumindest keinen Gewinn. So kursieren auch Gerüchte, dass ein deutscher Schlüsselroman über MeToo und Medien gar nicht so erfolgreich war, wie man gehofft hatte. Die Verlage geben dann den Druck auch häufig nach unten ab. Das heißt, jene Autoren, die nicht durch eine Agentur vertreten werden, bekommen noch schlechtere Deals, noch geringere Beteiligungen und lächerlich niedrige Vorschüsse. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, dass man den vermeintlichen Star-Autoren oder angeblich populären Großintellektuellen aus dem Ausland so gezahlt hat. Die Verlage haben sich das Agentursystem teils selbst eingebrockt, weil sie Autoren tatsächlich wenig zahlen. Und dadurch ist das Hauen und Stechen besonders ausgeprägt. Und auch viele Verlage konzentrieren sich dann nur auf ein paar Spitzentitel. Und alles andere wird eher links liegen gelassen. In den 1970er Jahren war es in Deutschland völlig ungewöhnlich oder unüblich, als Autor durch eine Agentur vertreten zu werden. Erst Anfang der 2000er Jahren wurde es ja doch so ein Brauch bei sehr vielen Autoren, dass man sich sofort um einen Literaturagenten kümmert. Diese Agenturen haben sich dann immer mehr ausgebreitet. Und das liegt auch daran, dass viele Verlage von Konzernen geschluckt wurden und die persönliche Betreuung einzelner Autoren zweitrangig geworden ist. Wir können also festhalten, man muss schon immens viele Bücher verkaufen, um vom Schreiben leben zu können. Besser sieht die prozentuale Beteiligung im Selbstverlag aus. Dort können bis zu 70 Prozent des Buchpreises an den Autor gehen. Nun, warum machen das denn nicht alle? Wer es am Publikum nicht direkt erreichen kann, über Live-Veranstaltungen oder Online-Präsenz, der hat einfach kaum Erfolgschancen. Denn mehr als 90 Prozent der im Selbstverlag erschienenen Bücher verkaufen sich weniger als 100 Mal. Ja, so viel zum Longtail-Business. Also das ist ja diese Theorie, dass wenn man alles ganz leicht ohne große Grenzkosten zur Verfügung stellen kann, dann werden die Nischen florieren. Und zwar gibt es Nischen, die tatsächlich florieren im Internet. Das kann man sowohl in der Buchbranche sehen, wie auch im Podcastmarkt. Aber es bleibt dann doch ein sehr vereinzeltes Phänomen, was man hier an solchen Zahlen sehen kann. Also nur weil so viel mehr Musik jetzt einfach verfügbar ist auf einer Streaming-Plattform, heißt das nicht, dass die Leute laufend bei Spotify dran sind, Lieder zu entdecken, sondern am Ende hören doch alle Taylor Swift und zwei, drei andere. Und man sieht also, dieses Longtail-Business-Modell funktioniert für die meisten Leute nicht. Und der Mainstream ist trotzdem ganz entscheidend und ist dominierend, obwohl man heute ganz leicht ein Buch selbst verlegen kann, während man früher tatsächlich bestimmt hätte 10.000 Mark zahlen müssen, ehe das Buch dann gedruckt wird. Und diese Autoren, die im Selbstverlag publizieren, die verdienen dann im Durchschnitt weniger als 1.000 Euro im Jahr. Also nur, um sich das mal klarzumachen, was du eben gesagt hast, also dass es keineswegs so ist, dass man da bei diesem Selbstvertrieb so wahnsinnig viel Geld verdient. Das heißt, wenn man dann immer so sieht, da hat man diese Coaches, die bei YouTube und anderswo erklären, man muss einfach ein paar Bücher schreiben, am besten lässt man das gleich noch die KI machen und das wird dann bei Amazon veröffentlicht, so als E-Book, und dann kann man konstant ein klasse Einkommen erhalten. Das ist völliger Quatsch. Also durch ChatGPT und anderer KI gibt es eine Schwämme von rasch generierten Büchern zu allen aktuellen Themen, und die sind zwar in Windeseile erstellt, aber die Aussicht, die individuelle Aussicht, damit Geld zu verdienen, die ist gleich null, das viel zu viele dieser Publikationen gibt. Ja, es ist wirklich verrückt, dass man jetzt glaubt mit Schreiben, wo man weiß, wie prekär das seit eh und je ist. Das war ja nie so, dass man sagte, Schriftsteller ist so grundsätzlich ein sicherer Beruf, da brauchst du gar nicht sich verbeamten zu lassen oder so. Also, dass man jetzt nochmal Leuten einredet, man braucht einfach nur, um passives Einkommen zu generieren, so ein paar Bücher sich schreiben zu lassen oder selbst zu schreiben. Es ist wirklich absurd. 2022 hat Amazon mit der Einzelhandelssparte 243 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist enorm viel. Aber weniger als 10% kam durch den Verkauf von Büchern zustande. Trotzdem bleibt Amazon der größte Buchverkäufer weltweit. Wenn wir jetzt aber sehen, dass Amazon ca. 24 Milliarden Dollar mit Büchern verdiente, aber in 2022 der globale Buchmarkt über 130 Milliarden Dollar umsetzte, ist der Anteil von Amazon unter einem Fünftel. Erstaunlich ist, wie sehr trotz knapp 30 Jahren Amazon noch immer der lokale Buchhandel relevant ist. Eine Analyse von Grandview Research hat ergeben, lokale Buchhandlungen waren der dominierende Vertriebskanal mit einem weltweiten Umsatzanteil von über 50% im Jahr 2023. Die Buchbranche ist also ein 130 Milliarden Dollar Business. Der Umsatz in Deutschland beträgt 9,5 Milliarden Euro, womit Deutschland neben den USA, China, Japan und Indien zu den Ländern gehört, in denen am meisten Geld mit Büchern verdient wird. Der lokale Buchhandel erwirtschaftet davon 4 Milliarden Euro. Der Internetbuchhandel macht 2,3 Milliarden Euro aus. Immer noch recht unbedeutend sind tatsächlich E-Books, deren Anteil am Gesamtumsatz liegt bei 6% und ist in den vergangenen 5 Jahren kaum gestiegen. Dafür gab es aber woanders Bewegungen. Es gab eine stark erhöhte Nachfrage nach Hörbüchern. Das Börsenblatt schreibt, der Hörbuchumsatz ist 2022 im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 um stolze 35,2% nach oben geklettert. Via Downloads wurden 2022 im Vergleich zu 2019 61% mehr Erlöse generiert. Per Streaming waren es sogar 155% mehr. Die Buchbranche erkennt eine steigende Bereitschaft, zudem übrigens auch bei jüngeren Leuten mehr Geld für Bücher auszugeben. Dazu muss man aber sagen, dass der Konsument kaum eine Wahl hat und die Verlage ebenfalls oft nicht, da die Papierpreise stark gestiegen sind. So kann man zwar recht stabile Umsätze noch ausweisen, aber wir sollten eines nicht übersehen. 2022 haben 25,8 Millionen Menschen in Deutschland Bücher gekauft. Nun, das sind 11 Millionen Menschen weniger als noch 10 Jahre zuvor. Das heißt, 11 Millionen Leser sind verschwunden bei einer sogar leicht gestiegenen Einwohnerzahl. Wer also demnächst sagt, es sei bloßer Kulturpessimismus, wenn beklagt wird, dass immer weniger gelesen wird, dann kann man nüchtern konstatieren, nein, das sind die Fakten. 11 Millionen Leser weniger. Und das ist dramatisch. Und jetzt kann auch bitte niemand ankommen und sagen, trotzdem lesen die Leute doch zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Kacheln. Das ist ja offenkundig nicht das Gleiche. Ja, es ist wirklich sehr bemerkenswert. Man hat ja dann wirklich immer diese Artikel, die dann genauso was schreiben, die dann sagen, ja, die Leute lesen halt einfach nur anders oder schreiben auch viel mehr, weil sie jetzt ja bei WhatsApp schreiben. Weiß ich persönlich nicht, ob das jetzt so viel besser ist, alles unbedingt, was da geschrieben wird, sage ich mal. Ich glaube, das war oftmals gesprochen wie geschrieben nicht unbedingt gut. Und ich meine, nach der Logik könnte man auch sagen, die Leute lesen viele Straßenschilder und Werbeanzeigen. Das hätte man auch vor 30 Jahren schon sagen können und dann irgendwie sagen, toll, wie viel die Leute lesen. Also das ist ja einfach ein großer Quatsch. Ja, es geht ja nicht einfach nur darum, dass man Buchstaben in sich aufnimmt. Gut, also ich meine, auch das mit dem WhatsApp-Schreiben. Ich will jetzt möglicherweise beherrschen, manche Leute WhatsApp schreiben als Kunstform, ja. Aber ich würde doch glauben, dass es einen Unterschied macht, ob man sich einmal die Woche hinsetzen würde und würde einen vierseitigen handschriftlichen Brief schreiben, in dem man tatsächlich was erläutert, was einem wichtig ist und schickt den anderen Freund. Oder ob man hundertmal am Tag irgendwelche kleinen Sätzchen sich hin- und herschreibt. Ja, und noch dazu, also ich glaube, die Differenz besteht ja wirklich darin, wenn man es jetzt mal aufs Lesen guckt, dass man sich versucht, einer Welt anzueignen. Ja, also dass man halt irgendwie versucht, sich was zu erklären. Und das tut man halt nicht mit WhatsApp-Nachrichten. Das tut man ehrlich gesagt auch nicht mit Instagram-Kacheln. Die sorgen meistens eher noch für eine Verflachung der Themen. Sondern da braucht es dann halt ein Buch und einen gezückten Stift für, im Regelfall. Oder sagen wir mal, einen guten Essay, einen guten Artikel. Das würde ja auch schon helfen, aber jetzt so zu tun, als würden irgendwelche Instagram-Kacheln da groß helfen. Das ist einfach Quatsch. Man merkt diese Entwicklung dann auch beim Personal. Im vergangenen Jahrzehnt wurden rund 9000 Stellen im Buchhandel gestrichen hierzulande. Und wir können ja mal gucken, was wird da eigentlich so verkauft im Buchhandel? Der Anteil der Belletristik bei allen Buchverkäufen liegt bei 34%. Dann haben wir Platz 2. Das sind Kinder- und Jugendbücher mit 18,5%. Was auch immer so erstaunlich ist. Man geht so durch Buchhandel und denkt so, ah, interessant gefühlt, ein Drittel bis 50% der Bücher sind Kinder- und Jugendbücher. Und ich glaube, das ist ganz einfach, weil die Erwachsenen sagen immer, ja, es ist wichtig, dass die Kinder lesen, aber sie tun es einfach selbst nicht mehr. Also die kaufen dann alle ihren Kindern noch mal den Räuber Hotzenplotz oder die Brüder Löwenherz, aber selbst würden sie kein Buch mehr aufschlagen. Wichtige Publikumsverlage sind dann in Deutschland zum Beispiel Penguin Random House, übrigens auch in den USA auf Platz 1, und das gehört zu Bertelsmann, mit über 300 Millionen Euro Umsatz. Und danach kommt Carlsen mit über 100 Millionen, weiter unten Roger in Rowold, 61 Millionen, Fischer, 48 Millionen und Surkamp mit 35 Millionen. Es wird also schon noch Geld mit Büchern verdient und die Auswahl der Bücher ist auch nicht gerade klein. 65.000 Erstauflagen erscheinen pro Jahr etwa in Deutschland. Darin enthalten sind natürlich aber auch die Fachbücher, die meist nur von Bibliotheken gekauft werden. 14% dieser Ersterscheinungen sind Übersetzungen. Die meisten, das wundert uns nicht, aus dem Englischen, aber dann kommt Japanisch und das liegt am Manga-Boom. Schauen wir uns jetzt an, wie es in Deutschland bei den Menschen unter 18 Jahren aussieht. Die Gym-Studie sagt, 2023 liegt der Anteil der Jugendlichen, die sich ohne externen Anlass, also zum Beispiel, dass sie es wegen der Schule müssen, regelmäßig mit gedruckten Büchern beschäftigen, bei 35%. Und das hat sich während der vergangenen Jahre sogar wenig geändert, aber wir sind hier bereits auf niedrigem Niveau, dürfen wir nicht vergessen. Mehr als die Hälfte greift selten oder gar nichts im Buch, egal ob gedruckt oder elektronisch. Jetzt haben wir eben von dem erheblichen Leserschwund gesprochen, doch bei Menschen unter 18 Jahren gab es diesen Rückgang nicht. Interessant ist deshalb, was die Gym-Studie noch verrät. Zitat, Das heißt, Menschen unter 18 lesen noch vergleichsweise viel, dann aber nimmt die Lektüre mit steigendem Alter ab. Dann scheint man sich auf andere Freizeitaktivitäten zu fokussieren. Denken wir nur an Computerspiele. Vor 20 Jahren war es recht unüblich, dass Menschen jenseits der 30 regelmäßig spielten. Inzwischen gibt es kaum Unterschiede zwischen 40- und 60-Jährigen. Vor allem das Smartphone aber als ständiger Begleiter ist für viele Menschen zum Buchersatz geworden. Man sieht es in der Bahn überall. Über 18 Millionen Menschen haben Spiele auf ihrem Handy. Und da kann ich nur sagen, bitte sofort löschen. Das sind reine Zeitfresser, die das Denken kaputt machen. Übrigens, auch da kann man diesen Age Gap gut sehen. Weil man denkt ja so intuitiv, das sind junge Leute, die auf dem Handy spielen. Aber meine Erfahrung früher auf dem Weg zur Arbeit, als ich in der Ausbildung war, war, dass es eigentlich immer über 40-Jährige sind, die da Candy Crush spielen. Zu sehr großen Teilen. Vielleicht liegt das daran, ab einem Alter, wenn Tinder nicht mehr so aussichtsreich ist, dann geht man zu irgendwelchen Hühnern, die man jagen kann, über ein Handy spielen. Oder was wird da gemacht? Ich sehe das auch immer so, wenn man in der Bahn sitzt, wie da irgendwelche knallbunten Figürchen irgendwo durchgescheucht werden. Ja, ich glaube, wir müssen mal mit dir... Hast du ein Handy-Spiel? Ich glaube, ich habe tatsächlich keine auf dem Handy mehr. Gut. Also ich habe so ein bisschen Konsolenspiele zu Hause, die spiele ich eigentlich auch nie, weil ich ja dann eher Filme und Serien gucke. Ja, ich will ja auch nicht gegen... Also ich sehe ja schon einen ganz deutlich... Ich habe jetzt von Computerspielen keine Ahnung, aber ich sehe ja schon einen deutlichen Unterschied zwischen einem richtig guten Computerspiel, das soll ja nicht verboten sein, das zu spielen, und diesen Zeit-Totschlag-Maschinen, die die Leute dann da bedienen, indem sie da Candy Crush oder was spielen. Also da kann mir auch niemand sagen, das ist aber auch Kultur oder das ist auch Kunst. Nein. Also wir können darüber diskutieren, inwieweit die Computerspiele, manche zumindest, natürlich auch eigene Welten erschließen und so weiter. Das steht wahrscheinlich außer Frage, aber dieser Mist da auf dem Handy, das kann nun wirklich... Also niemand mehr mit irgendetwas rechtfertigen, außer man sagt dann halt, so bin ich halt, das mache ich gern. Ja, aber das ist einfach Schrott. Ich glaube ja, wir müssen irgendwann mal auch spielen, Wolfgang. Dass wir bei WFH Literatur mal Bioshock spielen, weil da wurde mir gesagt, das soll ja... Das macht ja quasi aus Atlas Shrugged eine Dystopie. Also aus dem, was bei Ayn Rand positiv gemeint ist, macht das eine Dystopie. Vielleicht müssen wir das uns doch mal zu Gemüte führen. Jetzt könnte man ja sagen, es gibt doch BookTok. Es gibt da doch diese Gegenbewegung für junge Leute. Nun, es sind unzählige Artikel in den vergangenen drei Jahren erschienen, die meist euphorisch darüber berichten, dass junge Menschen ganz verrückt nach Büchern sind, wenn sie ihnen von BookTokern empfohlen werden oder die TikToker sogar selbst Bücher schreiben. Man hat da Fanfiction-Romane mit erotischem Einschlag, in denen Hermine eine Affäre mit Draco Malfoy hat oder Mitglieder der Royals Orgien im Weißen Haus feiern, erotische Fantasy-Romane und in Bücher gepresste Seifenopern, Schmonzetten und Fuller mit Sexappeal. Die Bandbreite scheint nur auf den ersten Blick groß zu sein, denn es handelt sich in der Regel um altbekannte Zutaten. Ein bisschen Sex, etwas Crime, viele Tränen und seitenlange Schmachten und die Cover der Bücher sehen so aus, als hätte eine KI den größtmöglichen Kitsch aus Millionen Influencer-Posts generiert. Und ich finde das auch immer bemerkenswert, wenn ich so in Bahnhofsbuchhandlung gehe, ich mache das so aus soziologischem Interesse oft, dass ich da mal gucke, was findet man denn dort und man sieht dann ja alles nach Genre geordnet, es gibt dann ja immer Spannung oder Krimi, es gibt dann Liebe und wir sind ja beide auch große Freunde von Liebesliteratur, auch von Liebesfilmen und es ist da nie ein einziger Roman bei, wo man sagen würde, das würde ich auch nur mit der Pinzette anfassen. Also es sind immer diese generischen Bücher in ihren bunten Umschlägen, die auch alle irgendwie ein bisschen gleich aussehen. Auch bei der Krimi-Ecke kann man das so gut beobachten, es gibt ja auch sehr interessante Kriminalromane, egal ob Highsmith oder Dürrenmatt, aber man hat nur diese schwarz-rot gehaltenen Schrottromane, also wo du wirklich sofort siehst, es ist alles scheiße, was da steht, obwohl diese Genres so Gutes zu bieten haben. Also ich bin jedes Mal entsetzt und ein bisschen begeistert davon, wie schlimm es ist. Ja, vielleicht sagen dir die Namen ja dann schon was, wenn du da schon häufiger warst. Carissa Broadbent, Colleen Hoover, Ali Hazelwood, Hannah Grace, J.S. Wanda und Hannah Keiner Wer die Namen nicht kennt, ist offenbar von BookTok unberührt geblieben. Die Bücher der Genannten erreichen zum Teil Millionenauflagen. Hannah Karners Roman wird bei Hugendubel beworben mit folgenden Worten, über 59 Millionen Aufrufe bei TikTok, endlich auf Deutsch. Und wer in letzter Zeit eine Buchhandlung betreten hat, wird die BookTok-Auslagen bemerkt haben. Dort stehen dann große Tische, auf denen all die Bücher gestapelt sind, die bei BookTok beworben werden. Es gibt da auch BookTok-Charts, die man dann dort nachvollziehen kann. Überall auf diesen Büchern sind irgendwelche Sticker drauf, wie viele Views die einzelnen Buchpräsentationen hervorgerufen haben. Naja, diese Werke werden auf TikTok dann auch in der Regel nicht kritisch rezensiert, wie man das aus dem Feuilleton gewohnt ist, sondern oftmals handelt es sich um vom Verlag bezahlte Reviews. Der Hype scheint aber schon seinen Höhepunkt jetzt erreicht zu haben. Also es gab einen längeren Artikel bei Publishers Weekly darüber, dass es jetzt so in etwa stagniert oder vielleicht sogar so ein bisschen runtergeht. Also man hat von 21 auf 22 unglaubliche Sprünge gemacht. Also dass man da sagen konnte, also durch BookTok haben sich global gesehen 40, 47, 50 Millionen Bücher mehr verkauft. So sind da etwa die Zahlen. Ist natürlich immer schwer dann auszumachen, was für was gesorgt hat genau. Aber das scheint jetzt fast an so eine Grenze gestoßen zu sein. Man wird sehen, ob sich das noch weiterentwickelt. Jedenfalls sind jetzt auch alle anderen Verlage alarmiert. Denn es ist ja so, dass viele dieser jetzt eben genannten Erfolgsautoren gar nicht bei den renommierten Verlagen, sage ich mal, erscheinen, sondern es sind irgendwelche kleinen Verlage oder Verlage, die sich auf dieses BookTok konzentriert haben und die plötzlich eine solche Marktmacht haben. Und vorher waren die irgendwie unter Ferner liefen. Der TikTok-Algorithmus, der funktioniert bekanntlich ja nach dem Matthäus-Prinzip. Also wer hat, dem wird gegeben. Das, was populär ist, wird immer populärer. Alles andere wird gar nicht angezeigt. BookTok ist also keine Diversifizierungsplattform, wie man denken könnte. Da bietet jede noch so kleine Buchhandlung mehr Vielfalt. Während die Literatursendungen und das Feuilleton sich bemühen, eine möglichst große Bandbreite abzubilden und auch unbekannten Autoren und kleineren Verlagen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, ist das bei TikTok nicht zu erwarten. Caroline Mims-Nice schreibt in The Atlantic über die Homogenität von TikTok, dass nur 5% der Videos, 89% der Gesamtaufrufe auf TikTok generieren. Wir sehen also, TikTok ist ein Verstärker für den Mainstream. Das könnte sich noch verschärfen. Im Guardian war zu lesen, dass die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, 2023 den Buchverlag 8NotePress gegründet hat. Da heißt es im Guardian, das Unternehmen hat Catherine Pels, ehemals Pendrian Random House, als Akquisitionsredakteurin eingestellt. Ihr Spezialgebiet sind Liebesromane. In der Verlagsbranche wird befürchtet, dass sich BookTok auf Bücher aus dem ByteDance-Verlag konzentrieren könnte, wenn das Unternehmen die Bücher auch direkt an seinen Nutzer verkaufen kann. Hat das sowohl für Buchhandlung als auch für Verlage Auswirkungen? Nun, es ist ja so, dass seit vielen Jahren man bemerken muss, dass die Frankfurter Schule nicht mehr so gut angesehen ist in Bezug auf Kulturkritik. Ja, da heißt es immer wieder, das Kulturindustrie-Kapitel von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung, das sei doch viel zu kulturpessimistisch und voll des bildungsbürgerlichen Dünkels und davon muss man doch mal Abstand nehmen. Alles ist doch gut, Literatur, Gute und Schlechte, das gibt es doch so nicht. Und was ist denn daran schlimm, wenn etwas populär ist? Und man macht es sich da immer sehr leicht, als seien Horkheimer und Adorno generell gegen irgendetwas Populäres. Also Adorno war auch ein großer Anhänger von Beethoven, der ist auch in gewisser Weise populär, ja. Aber wenn man sich jetzt mal diesen Booktalk-Trend und den Buchmarkt heute ansieht, was da sehr dominant ist, dann muss man doch eigentlich wieder die Dialektik der Aufklärung aufschlagen. Ja, gucken wir mal, was dort steht bei Adorno und Horkheimer. Da heißt es, alle Massenkultur unter Monopol ist identisch und ihr Sklett, das von jenem fabrizierte begriffliche Grippe, beginnt sich abzuzeichnen. Lichtspiel und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nicht sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Zustandsbeschreibung des Literaturbetriebs. Die Tendenz zum Monopol oder zumindest zum Oligopol, die stärker denn je, nur wenige Verlage und Digitalkonzerne, die entscheiden darüber, was Aufmerksamkeit verdient oder nicht. Und ich habe das ja eben so vorgetragen, schon damals kam dann immer die Frage auf, naja, wenn die Leute das kaufen, dann ist doch gut, dann scheint es ihnen ja zu gefallen, dann kann man da ja wirklich auch nichts gegen haben. Und man sieht dann ja auch daran, wie sich das so ausdifferenziert in verschiedenste Genres etc., wie wahnsinnig breit doch die Bandbreite ist. Und naja, in Wahrheit sieht es doch sehr anders aus, Wolfgang. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Leute stehen ja nicht morgens auf und sagen, ich wollte immer mal das haben, sondern das kommt ja schon irgendwo her. Und wenn ich natürlich nur noch das eine abbilde oder vorwiegend abbilde, ist ja klar, was sich dann am meisten ausprägt. Und inzwischen ist also bei Booktalk es soweit, dass man Bücher liest, wo man schon weiß, wie sie in etwa verlaufen. Nur dann, man liest halt nur die Variation davon. Und zwar sucht man jetzt Bücher dann auch aus, welchem Trope sie folgen, also welchem Muster. Und diese Tropes, die sind zum Teil jetzt auch schon bei deutschen Verlagen aufgelistet, dass man da genau lesen kann, welche Tropes in einem Buch vorkommen. Jetzt frage ich dich mal, kennst du Slowburn? Was ist das für ein Muster? Slowburn kenne ich sogar, denn es gab ja so einen ganz tollen Artikel, den wir entsetzt gelesen haben in einer nicht näher zu benennenden linksliberalen deutschen Tageszeitung. Und da wurde ganz euphemistisch geschrieben über dieses Phänomen TikTok oder Booktalk und über diese Tropes. Und Slowburn ist, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dass sich quasi die Personen begegnen, aber dass sie dann ganz lange diese Liebesgeschichte so rauszögern. Also dass da von Anfang an so ein Funke ist, der dann aber ganz lange braucht, um zum Ausdruck zu kommen. Dass man also, weiß ich, die ganze Zeit das kribbelnde Bauch hat, wie als 13-Jähriger, während man das liest, bis es dann endlich, endlich soweit ist und die große Liebe vollzogen wird. Ja, sie passen eigentlich perfekt zueinander, aber irgendetwas hält sie noch auf und dann dauert es noch 500 Seiten. Enemies to Lovers ist, glaube ich, sehr einleuchtend, dass also Feinde dann zu Geliebten werden. Das wird aber dann oft auch in Kombination hergestellt durch Forced Proximity, also durch forcierte Nähe. Das heißt, man hat dort also zwei, die sich eigentlich nicht mögen. Die sind in einer Ausnahmesituation, Flugzeugabsturz, allein auf der einsamen Insel, können also nur mit sich selbst irgendwas anfangen und dann, naja, wie es so kommt, da entsteht dann die Liebe. Also auch das ist populär. Boss Romance ist auch ein schönes Genre. Es sind Porno Genres. Also das ist ja einfach meine Meinung zu den Tropes. Es sind wirklich Porno Genres. Also das ist eigentlich so wie so Subkategorien bei Pornos, dass man irgendwie sagt, Teacher Porn, Boss Porn. Also so, das ist ja eigentlich das, was wir hier vorliegen haben. Best Friends Brother. Genau. Stichwort Porno. Das unterstützt deine These. Ja. Dann gibt es noch... Hey Seth Brother, what are you doing? Das ist, jetzt kommt eine ganz tolle Sache. Fake Relationship ist jetzt auch häufiger schon im Kino, konnte man das jetzt sehen. Und zwar Fake Relationship ist, man hat irgendeinen Grund, warum man sich als Paar ausgibt. Vielleicht, weil man den lästigen Ex loswerden will. Und man führt also nur so eine Fake-Beziehung oder um die Familie glücklich zu machen. Man muss, man braucht unbedingt eine Begleitung für die Hochzeit, nimmt also irgendjemand mit, tut so, als wäre man ein Paar. Aber du ahnst es schon, dann darüber kommt man sich näher. Und wer hätte es gedacht? Und mein Lieblingsgenre, mein Lieblings-Trope, muss ich sagen, ist Reverse-Harem. Und zwar, das ist, wenn man mehrere Love-Interests hat und da also erstmal sich noch alles offen lässt oder auch noch für den Leser zunächst unklar ist, welcher wird es dann am Ende. Denn ich glaube, die meisten, ich habe sie jetzt nicht gelesen, das stünde noch aus, die meisten Reverse-Harem-Romane laufen, glaube ich, dann doch auf das Monogame-Konzept hinaus. Aber ja, klingt vielversprechend. Es ist jedenfalls so, dass man wirklich sagt, ich will ein Buch, von dem ich einfach im Vorhinein schon weiß, dass es mich erwartet. Also klar ist es ja immer so, wenn man einen Roman kauft, liest man den Klappentext und fragt sich dann, klingt das irgendwie interessant oder nicht. Aber dass man wirklich hier das so ganz schematisiert hat, dass man auch wirklich weiß, mich erwartet das Happy Ende. Die Happy End, die kommen zusammen. Ja, ich muss jetzt drei von 350 Seiten Slowburn durchstehen, bevor die dann endlich das tun, was normalerweise bei einem Drittel des Romans hoffentlich schon mal besiegelt ist. Dass man sich das antut, also diese elende Langeweile. Und da wird es ja auch nichts geben, worauf das über den Roman hinaus verweist. Also dass man jetzt sagen kann, da lernt man was, da eignet man sich ein Stück Welt mit an oder so. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die sprachlichen Genüsse so groß sind. Und es finde ich schon unglaublich, mit wie wenig sich die Leute zufrieden geben. Und da muss ich auch wirklich sagen, weil es ja immer so romantisiert wird auch mit dem Lesen, mag sicherlich sein, dass Lesen eine bessere Form der Unterhaltung ist, selbst bei so einem Unsinn, als wenn ich es mir als Serie ansehe, dass es noch mal ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit verbessert oder sonst was. Aber ich würde schon sagen, der Verblödungsgrad ist im Großen und Ganzen relativ gleich groß. Also dass man sagt, man will eigentlich von der Welt nichts wissen. Ja. Also da bin ich keiner, der irgendwie sagt, toll, wenn die Kinder noch lesen und am Ende lesen sie dann sowas. Da würde ich auch sagen, nee gut, dann ist auch schon wirklich scheißegal. Jedenfalls diese Tropes, und bei mir Angst hat, weil man hat ja immer diese Idee, was dann so gesagt wird, dass die Bedürfnisse, die würden ja aus den Leuten selbst hervorgehen. Ja, also die Leute, die mögen das halt einfach gern, die lesen gerne diese Geschichten. Und gerade damit setzen sich ja Horkheimer und Adorno sehr kritisch auseinander und sagen, nee, ist das ja eigentlich umgekehrt. Ja, also sie gehen jetzt mal aus von dieser Idee, die Leute wollen es doch. Da schreiben sie, die Standards seien ursprünglich aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorgegangen. Daher würden sie so widerstandslos akzeptiert. In der Tat ist es der Zirkel von Manipulation und rückwirkenden Bedürfnis, in dem die Einheit des Systems immer dichter zusammenschießt. Verschwiegen wird dabei, dass der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der Ökonome stärksten über die Gesellschaft ist. So, das ist jetzt schon mal anstrengend genug vielleicht gewesen. Also es heißt natürlich, ist es nicht so, dass die Leute einfach von sich aus dieses Bedürfnis haben, sondern es ist umgekehrt so, dass ihnen von der Kulturindustrie diese Art von Kulturprodukt vorgesetzt wird und dass sie dann natürlich auch im Nachhinein rückwirkend, zirkulär quasi so dieses Bedürfnis danach entwickeln, wodurch dann man auch wirklich immer davon sprechen kann, dass man sagt, na, die Leute wollen es doch. Aber es ist keineswegs so, dass dieses Bedürfnis jetzt aus denen herauskommen würde, sondern weil sie nicht im jungen Alter dazu gebracht worden sind, vielleicht auch ihre Geschmäcker mal zu verfeinern und auch zu lernen, wie interessant es ist, sich was anzueignen über die Welt. Aus diesem Grund können sie von diesem Unsinn ergriffen werden und dann wollen sie den natürlich auch ihr restliches Leben lang haben. Weiter schreiben sie, technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft selbst. Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Das aber ist keinem Bewegungsgesetz der Technik als solcher aufzubürden, sondern ihrer Funktion in der Wirtschaft heute. Ja, also dass wir diese Monopol-Tendenz haben, dass TikTok am Ende auch dahin tendiert, dass nur wenige sich durchsetzen, liegt jetzt nicht einfach nur an den Algorithmen, weil die Algorithmen so sind, sondern die Algorithmen sind so gemacht, weil sie damit eine Funktion in der Wirtschaft heute erfüllen. Und man kann jetzt auch feststellen, ob man die Boss-Romance oder die Enemies-to-Lovers-Geschichte liest, das wird letztlich egal sein. Hier noch einmal Horkheimer und Adorno. Der Schematismus des Verfahrens zeigt sich daran, dass schließlich die mechanisch differenzierten Erzeugnisse als allemal das Gleiche sicherweisen. Was die Kenner als Vorzüge und Nachteile besprechen, dient nur dazu, den Schein von Konkurrenz und Auswahlmöglichkeit zu verewigen. Und deswegen ist deine Schilderung ja so richtig, du gehst in die Buchhandlung, guckst dir das an, die haben zwar alle ein anderes Cover, aber du sagst, das ist ja alles derselbe Mist. Und im Prinzip bestätigen das Adorno und Horkheimer hier nochmal, indem sie sagen, ja, natürlich gibt es da Variationen, aber eigentlich ist es nur ein Schematismus. Ich frage mich gerade, ich glaube, irgendwann hatte ich doch sogar mal das Gerücht gehört, das würde auch in irgendwelchen obskuren Channels noch Fan-Fictions über uns geben. Es wäre ja eigentlich auch Enemies-to-Lovers, was denn, das wissen ja wahrscheinlich gar nicht alle Hörer, als ich deine Filmanalyse zu gucken begonnen habe, früher fand ich es ja scheiße. Kannst du mal sehen. Ja. Wie recht doch auch die populäre Literatur hat. Ja. Vielleicht dieses Körnchen Wahrheit ist es. Ja. Der Satz Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Der könnte jedenfalls wahrer nicht sein, wenn man sich BookTok ansieht. Gewiss werden jetzt welche sagen, es gibt ja auch anderes. Ja, aber das sind immer Ausnahmen und Feigenblätter. Auffällig ist, dass diese neue Schundliteratur mitunter sogar noch feministisch gedeutet wird. Diese fehlgeleitete Interpretation geht in etwa so. Der sentimentale Roman mit Herzschmerzgeschichten wird nun selbstbewusst bei TikTok präsentiert und nicht mehr verschämt bei Kerzenschein gelesen. Das, so kann man allenthalben lesen, sei ein Aufbegehren gegen männliche Literaturkriterien und eine patriarchale Hochkultur. Zwar stimmt es, dass man im 18. und 19. Jahrhundert frauenfeindliche Diskurse rund ums Lesen etablierte, wonach schlechte Literatur die Mädchen auf falsche Gedanken bringe, das war jedoch häufig die bürgerliche Ansicht in Bezug auf große Literatur, die keineswegs von minderwertiger Qualität war. Ja, man muss ja ein paar Dinge auseinanderhalten. Also, Gustave Flaubert schreibt auch seiner Madame Bovary zu, sie habe heimlich Romane gelesen, diese haben sie dann zu leidenschaftlicher Liebe entflammt, folglich war sie dann für die Ehe nicht tauglich, aber Flaubert verurteilt ja diese Bovary nicht, sondern entflammt uns dann über seine Geschichte, die er erzählte, in ähnlicher Weise für die Leidenschaft, für die Suche danach und er selbst hat damit ein Buch geschrieben, das Frauen vom bürgerlichen Wege abbringen soll oder kann, ja, und deswegen ist also dieser eine Diskurs, der vor dem Romanlesen warnt, nicht gleichzusetzen mit männlichen Literaturkriterien. Ja, und die Lektüre von Kitsch-Roman hat und hatte hingegen wenig Emanzipatorisches. Es wurde wohl kaum einer ernsthaft behaupten, dass Romane von Hedwig Kurz-Mahler die Colin Hoover der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer Gesamtauflage von 80 Millionen emanzipatorische Wirkung hatten. Feministische Autorinnen wie Ingeborg Bachmann, Marleen Haushofer, Gisela Elsner oder Elfriede Jelinek haben gerade gegen den Kitsch deshalb angeschrieben, weil er Frauen davon abhält, sich zu befreien und dazu dient, mit den patriarchalen Verhältnissen Frieden zu schließen und sich schicksalsergebende Manne hinzugeben. Da wird jetzt auch dann wieder gesagt, das liest man dann ja auch in diesen Artikeln, ja, aber in vielen dieser auf Booktalk erfolgreichen Bücher wird dann ja ein bisschen noch anders über weibliche Sexualität geschrieben oder so. Das glaube ich auch, ja, das kann ja sein. Kann sein, das ist trotzdem erstmal oftmals dummer Kitsch, der mit den Verhältnissen versöhnt. Ja, man sieht das ja zum Beispiel bei Shades of Grey, da geht es ja am Ende nie um die Ungleichheit oder so und ja, kann man sagen, da wird man auch, natürlich ist das nicht so geschrieben, wie Edwig Kurz-Mahler das gemacht hätte und da ist das Frauenbild natürlich ein modernisiertes, sonst würde es ja auch heute nicht funktionieren, aber zu glauben, dass man mit so einer Ästhetik, die nicht zu bieten hat, die keine Gegenwelt öffnet, dass man glaubt, mit solchen musterhaften Geschichten irgendetwas voranbringen zu können, das ist doch wenig einleuchtend und ich glaube, man muss wirklich sehr stark trennen. Ja, es gab Kritiker wie Marcel Reich-Ranitzky, der große Autorinnen bezichtigt hat, Frauenliteratur zu schreiben und das war schlichtweg falsch und es ist ja ohnehin ein merkwürdiges Etikett, man würde ja auch nicht bei Philip Ross oder Martin Walser sagen, das ist Männerliteratur. Man sollte jedoch jetzt auch nicht die großen feministischen Autorinnen in einen Topf mit Kitsch-Produzentinnen stecken, mit unterscheidend in diesen, ja, ich würde sagen, pseudo-feministischen Lobreden auf den neuen Literatur-Kitsch so zu sein, als sei das eine per se weibliche Eigenschaft, seichte Literatur zu bevorzugen und ich würde eher sagen, da ist das Gegenteil der Fall, also wir können natürlich jetzt auch mal schauen, was so im Männer-Fantasy-Bereich oder im Krimi-Bereich, obwohl Krimi auch eher, glaube ich, ein Genre ist, das von Leserinnen dominiert ist, wenn wir uns das ansehen, dann ist es erstmal nicht besser, wenn wir über dieses sehr, sehr populäre Mainstreaming-Reden und ich würde auch festhalten, ja, Frauen kaufen ja generell mehr Bücher, lesen generell mehr, also ist da auch generell schon mehr Kitsch dabei, aber die eigentliche Hochliteratur, die, so kann jeder sehen, der mal auf Literatur-Festivals war, die ist doch sehr deutlich weiblich geprägt. Und vielleicht auch ein Wort auch nochmal, dazu, dass es, also was mich so verrückt daran macht an diesem Argument, dass man dann sagt, naja, das Frauenbild in diesem BookTok-Roman ist ja nicht so reaktionär wie früher, da wird anders über Sexualität geschrieben, gleichberechtigter, da würde ich ja doch sagen, wir haben doch trotzdem eben diese Tropes uns mal vorgelesen. Und ich glaube, mein Urteil, das sind Pornos, ist berechtigt. Also wenn man jetzt sagt, es gibt eine Boss-Romance oder so, die dann dort dargestellt wird. Und ich würde ja wirklich sagen, es ist doch jetzt mal scheißegal, ob der Boss der Mann oder die Frau ist, wenn wir uns einfach nur angucken, wie klischisiert da über Menschen geschrieben wird, also wie schematisiert das ist, also sich die Komplexität, die das Leben so mit sich bringt, besser zu vergegenwärtigen, da helfen diese Bücher einem überhaupt nichts, selbst wenn da tatsächlich in der Verteilung dieser Kitsch-Position auch eine gewisse Gleichberechtigung herrscht. Ja, es bleibt ein Reduktionismus, ja. Jedenfalls ist es so, du hast es eben gesagt, Frauen lesen mehr als Männer, also 2023 gaben 14,6 Prozent der deutschsprachigen Männer an, dass sie mehrmals wöchentlich Bücher lesen und bei den Frauen waren es fast 22 Prozent. Also relativ gesehen lesen Frauen anderthalb mal so viel wie Männer, kann man deshalb sagen. Weshalb man da natürlich, dann kann man natürlich sagen, ja, es gibt sehr viel Schrott auf dem Buchmarkt, der für Frauen geschrieben ist, aber das liegt nicht daran, dass Frauen generell mehr Schrott lesen, sondern dass sie insgesamt so viel mehr lesen, dass selbst wenn sie genauso viel Schrott lesen wie Männer, insgesamt mehr Schrott für Frauen produziert wurde. Und jedes Literaturfestival, jeder Qualitätsverlag wird bestätigen, dass die Kundschaft aus mehr Frauen als Männern besteht, dass die Literatur lange Zeit von männlichen Autoren dominiert wurde, hat viele Gründe festzustellen, ist aber, dass sich in den vergangenen zehn Jahren viel getan hat. Martina Leubli schrieb kürzlich in der NZZ, dass die Frauen im Literaturbetrieb die Macht übernommen haben. Zitat, die zehn renommiertesten Verlage veröffentlichen diesen Frühling 70 Neuerscheinungen von Autorinnen und 69 von Autoren. Nimmt man die Stapel mit Romance und Fantasy-Romanen dazu, liegen auf den Büchertischen markant mehr Werke von Autorinnen. Im Buchmarkt herrscht weibliche Übermacht. Und sie erklärt außerdem, Der Literaturclub von SRF hat mit Laura Deweck und Jennifer Rachschuri ein neues Moderatorinnen-Duo. Das Literarische Quartett auf ZDF wird von Theodorn geleitet. In Verlagen wie Rowold, Kiepenheuernwitsch, Pieper, Hansa Berlin, Luchterhand oder DTV stehen Verlegerinnen an der Spitze. Und das kann man ja übrigens auch mittlerweile, jetzt erst seit Kürzerem, aber mittlerweile schon, auch bei Literaturpreisen beobachten, dass man da ein ausgeglichenes Verhältnis, oftmals sogar ein dominantes Verhältnis von Frauen gegenüber Männern hat bei den Shortlists. Wagen wir zum Schluss noch einen Ausblick. Wie wird sich der Buchmarkt entwickeln? Eine Analyse von Grandview Research geht davon aus, dass der weltweite Buchmarkt 2024 einen Umsatz von 145 Milliarden Dollar machen wird. Gerechnet wird mit einer Wachstumsrate von 1,8 Prozent bis 2030, also jährlich dann. Was aber stark an Preissteigerungen liegen wird, und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass das Inflationsziel der EZB langfristig bei 2 Prozent liegt, ist die Buchbranche kein besonders attraktiver Wachstumsmarkt. Sie ist aber jetzt auch nicht fundamental in der Krise im Ganzen. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass die Literatur nur eine Nebenrolle spielt. In der Analyse heißt es dann, der Markt wird von akademischen Verlagen dominiert, während nicht akademische Verlage oder auch Fachverlage im Vergleich dazu einen eher winzigen Anteil ausmachen. über diese akademischen Verlagskonzerne und die Vermachtung dort müssten wir mal eine eigene Folge machen. Und noch eine gute Nachricht zum Abschluss, das gedruckte Buch als Kulturform ist nicht im Schwinden begriffen. Auf den Markt für gedruckte Bücher entfiel 2023 mit über 78 Prozent der größte Anteil am weltweiten Umsatz. Trotz des Ansturms neuer Technologien hat sich das Buch als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Das macht Hoffnung und wir sagen es nochmal ausdrücklich, nichts kann die Lektüre von Büchern ersetzen. Und lesen kann man trainieren, das ist noch so als kleiner Tipp. Alle digitalen Geräte sollten ausgeschaltet sein oder am besten gar nicht im Zimmer, in dem man liest. Es sollte möglichst still sein und ich lese nur am Schreibtisch. Das ist jetzt, ich würde jetzt nicht jedem sagen, du musst am Schreibtisch lesen, aber man sollte es sich vielleicht nicht zu bequem machen beim Lesen. Also nicht so wie ich, weil ich lese ja meistens im Bett, ich habe da so ein Kissen, mit dem ich mich dann aufrecht hinsetzen kann und dann lese ich im Bett oder auf dem Sofa. Gut, aufrecht sitzen aber, also man kann nicht da liegen und dann sagt man am Ende, ich bin nach drei Seiten eingeschlafen, ja was ein Wunder. Also man muss sich schon ein bisschen, es ist Arbeit, man muss es auch als Arbeit begreifen und man muss, oder als Training und da sollte man täglich trainieren. Täglich, wenn man mal so richtig einstellen will, dann muss man sich zum Ziel setzen, ich lese jetzt jeden Tag 30 Minuten ohne Unterbrechung und dann steigert man das peu a peu und in wenigen Monaten kann man mehrere Stunden am Stück ganz konzentriert lesen. Und zum Abschluss wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir am 5. April zusammen mit Jean-Philippe Kindler in Mannheim zu erleben sind. Den Link zu den Tickets findet ihr wie immer in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank! Den Link! Vielen Dank.